Vorsicht, Gegner! Das ist ein Hinterhalt! Runenkrieger, zu mir! Das sind immer noch ein paar zu viele. Die Linien müssen halten. Okay, die drei lassen sich gut ausschalten. Wir werden angegriffen! Die vier auch noch. Das ist ein Hinterhalt! Runenkrieger, zu mir! Noch ein Tick zurückfallen lassen. Das ist ein Hinterhalt! Wir werden angegriffen! Das ist ein Hinterhalt! Vorwärts, vorwärts! Bin schon auf halbem Weg! Vorwärts, vorwärts! Vorsicht, Gegner! Sind immer noch an die 15 Stück da oben. Das ist ein Hinterhalt! Ah, speichern wir hier lieber nochmal. Auch wenn wir mitten schon im Kampf sind. Stand halten, Männer! Ein Gegnerangriff! Vorwärts, vorwärts! Ein Gegnerangriff! Klanbrüder, zu mir! Ein Gegnerangriff! In Deckung! Tote in Feinden! Nicht zurückweisen! So, jetzt noch den Turm einreißen und dann haben wir es endlich geschafft. Dann müssen wir nur noch die Drachen hier unten ein bisschen vernichten. Für den Klan sind die Gegner. So. Für den Klan! Vorwärts, vorwärts! Jawohl! So, jetzt haben wir erstmal mit Elven Winterlied und mit Borg Gorin zu reden. Elend sei Dank. Endlich frei. Nicht mehr lange und die Söldner hätten uns hingerichtet. Was allerdings immer noch angenehmer gewesen wäre, als noch länger in der Gesellschaft dieses Zwerges verweilen zu müssen. Wie nett. Seid ihr im Besitz des Splitters des Herbstlichts? Woher wisst ihr davon? John Farlon sagte mir, ihr hattet den Splitter bei euch, als ihr gefangen genommen wurdet. Das stimmt. Doch ich konnte ihn verstecken, bevor die Söldner mich aufgriffen. Es gibt eine runde Baumgruppe, etwas südlich des Handelspostens. Unter dem großen Felsen in der Mitte liegt der Splitter verborgen. Ein Wachzauber schützt ihn. Also seht euch vor. Evan hat den Splitter bei einem Kreis aus abgewandten Bäumen verborgen. Sie hat einen Wachzauber auf ihn gelegt. Ein Wächter wird ihn also verteidigen. Der Splitter ist unteilweise steils in der Mitte des Baumrunds. Südlicher Handelsposten müsste irgendwo dort unten sein. Was ist mit ihr? Jetzt stehe ich da und klotzt. Nehmt mir schon diese verdammten Ketten ab. Wie ihr wünscht, Herr Zwerg. Na endlich, bei Nithalf. Noch einen Tag länger zusammen mit dieser Elfin und ich wäre dem Wahnsinn verfallen. Aber wer oder was seid ihr eigentlich? Ein Krieger? Ein Streiter des Ordens. Der Orden, hm. Wurde auch Zeit, dass ihr euch hier blicken lasst. Diese verfluchten Söldner haben meine ganze Ausrüstung mitgenommen. Bei den heulenden Schlünden von Bargagor, dieses Lumpenpack, wenn ich sie in die Finger kriege. Von was für einer Ausrüstung habt ihr gesprochen? Meine Messgeräte. Pläne und alchemische Substanzen. Als ob diese Burschen etwas damit anfangen könnten. Kaum. Das meiste ist bestimmt schon zerlegt oder verbrannt. Oder versoffen. Oder Schlimmeres. Ist eure Ausrüstung zu ersetzen? Nun, ich benötige hauptsächlich meine alchemischen Substanzen. Den Rest, den mache ich aus dem Bauch heraus. Was für Substanzen benötigt ihr? Feuerpulver, Schwefelbinder, etwas Brennsalz und eine gute Fiole, um es zu mischen. Würde mich wundern, wenn sowas in dieser Gegend aufzutreiben wäre. Fragt bei den Freihändlern. Wenn hier jemand solche Dinge besitzt, dann sie. Jo, neue Quest. Steinbrecher. Borg Gornrinson ist jetzt zu Fahdomsheim gereibst, um eine Steine da wieder zu brechen, die das Portal nach Grauford verschüttet. Er wurde von den Bria-Wölfen gefangen und hat seine Ausrüstung verloren. Borg benötigt Feuerpulver, Schwefelbinder, Brennsalz und eine gute Fiole, um die verlorenen Dinge zu ersetzen. Die Freihändler finden vielleicht einiges der benötigten Ausrüstung auf Lager haben. Der Inhaber des Handelspostens könnte weiterhelfen. Jo, machen wir gleich. Jetzt gehen wir erst mal Drachlinge töten. Tue, wie befohlen. Bin schon auf halbem Weg. Das wird uns auch noch mal einige Orks kosten, aber ein bisschen Material haben wir ja zum Glück noch. Und ich glaube, die Drachlinge, die machen hier nicht den Overkill. Die meinen es ernst. Nö. Clanbrüder zu mir. Ich rieche Blut. Jawohl. Vorwärts. Oh, ein Brea-Wolfs-Hartschluss zu sehen. Ich rieche Blut. Ein seltsamer Anblick gewesen, dem Brea-Wolfs-Sergeant. Zu den Waffen. Ich rieche Blut. Gut, es sind noch einige Drachlinge, aber nicht ansatzweise so viele wie der Brea-Wolfs-Sarfschützen geworden. Zu den Warftur, wie befohlen. Auf mein Kommando. Vorwärts. Folgt mir. Schnell. Und ja, zur Not können wir noch ein paar Orks ausbilden. Wenn man sieht, noch haben wir Bäume und anderes Zeug. Schnell. Sofort. Nicht zurückweichen. Hinterkuchen. Nicht zurückweichen. vorwärts, vorwärts, vorwärts. Was liegt da wohl? Ah ja, ich gebe zu, Drachlinge macht guten Schaden. Vorwärts. Ja. Vorwärts. 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 zu mir. Was liegt an? Oh, da oben ist sogar noch ein großer Drache. Tote in Feinden. Ich hanche Blut. Auf mein Kommando. Ich hanche Blut. Krieg, lauft. Auf mein Zeichen. So, noch ein paar Kämpfer holen. Ja, ich tue lieber mal unsere Truppen heilen und auffrischen. Also zusätzliche Soldaten holen. Bevor wir die restlichen Drachlinge da angreifen. Es sind ja schon noch ein paar da oben. Das bedeutet noch mal herbe Verluste für uns. Vor allem, weil sie wir spawnen können aus dem Spawnkreis hier. Solange der Hort steht. Krieg. Deswegen vor allem noch ein paar Totems auffahren. So viel wie eben geht mit uns ist es ein bisschen linear, was wir noch hatten. Wir machen uns ein bisschen hier. Alles ist ein bisschen Das ist ein bisschen Wo? 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 Was ist das? Wo? 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 Auf mein Kommando. Und los! Was liegt an? Für den Klam! Läuft! Ja, das war echt ein gutes Stück Arbeit. Vor allem hier oben leer zu bekommen. Aber wir haben es geschafft. Und die Drachlinge hier kriegen wir auch noch tot. Und den Wächter, der den Splitter verteidigt, den kriegen wir auch noch tot. Und das war echt gut. Vielen Dank.